Musik Meine Damen und Herren, das Fernsehen der DDR Vielseitig wie nur unsere Dresdner es kennen Ist für Sie wieder mal unterwegs auf den Straßen unserer Sächsischen Sie der versteckten Kamera ins Auge blicken Wenn Sie unsere Frage beantworten Was verbindet Sie mit der Sowjetunion? Ich befinde mich täglich auf sowjetischem Boden Wo? In meinem Moskvitsch Haben Sie Beziehungen zu sowjetischen Genossen? Nein, da kenne ich keinen Autoschlosser Oh, vielen Dank, danke Eine Frage an Sie Was tun Sie für die deutsch-sowjetische Freundschaft? Ja Also sehen Sie mal Wir korrespondieren regelmäßig mit unserer Leningrader Patenbrigade Ja, und worüber? Worüber? Also ich persönlich über alles Mögliche Um erst einmal dazu was zu sagen Aber was unsere sowjetischen Freunde schreiben, das weiß nicht so genau Weil das ist alles auf Russisch Aber dann ist doch der ganze Schriftwechsel sinnlos Sinnlos wird Schnee, so Gucken Sie mal Erfahrungsaustausch Ja Erfahrungsaustausch Steht ja im Brigadeprogramm Und irgendwie muss die Sache ja abgehakt werden Der Herr Professor Schönen guten Tag Guten Tag Mal heute zu Fuß Ich habe mich schon gewundert, dass ich so langsam vorwärts komme Herr Professor, Herr Professor, ein Augenblick, ja Ich möchte Sie fragen, wie Sie die Arbeit der sowjetischen Wissenschaftler einschätzen Oh, mit Hochachtung, mit Hochachtung Auf unseren letzten Tagungen in Genf und Tokio konnte ich feststellen Dass die sowjetischen Kollegen Außerordentliches leisten Und wenn ich diese Tage nach London fliege Ja, in die Sowjetunion reisen Sie nie Ja, das machen meine Mitarbeiter Wissen Sie, ich selbst stelle mich dem Klassenkampf Ach bitte, was wissen Sie von der Sowjetunion? Oh, ich bin selbst Russer Ja, dann möchte ich Sie fragen Was halten Sie von der deutsch-sowjetischen Freundschaft? Oh, sehr viel, ja, sehr viel Ich lese immer Es lebe die deutsch-sowjetische Freundschaft Ja Nun, warum so viel Konjunktiv? Sie lebt doch Ja, ja Hallo, Jungenfreunde, guten Tag Sag mal, hast du Beziehung zur SU? Ja, Sarah, 28 Jugendliche aus unserem Betrieb fahren zum Bau der Erdgasleitung an der Trasse 27 Jungs und ich Da hast du dir aber viel vorgenommen Sie Ferkel Der Fernsehkollege von der Abteilung Unterhaltung Schönen guten Tag Darf ich mal ein bisschen was wissen, ja? Ja, mit der Zum Thema Zum Thema deutsch-sowjetische Freundschaft Ja, sehen Sie mal Ich arbeite gerade Ich arbeite gerade an einer neuen Sendereihe Unterhaltung in Team Kleine Bühne, zweimal drei Meter Ja, macht Ihnen Spaß? Ja, im Prinzip, ja Ich weiß nur nicht, wie ich auf diese Mini-Bühne das sowjetische Gesang zu Tantang sagen darf Kringt Ja, da hätten wir bald den Kollegen von der Reichsbahn verpasst Sicher werden bei Ihnen auch sowjetische Neurermethoden genutzt Ja, natürlich, natürlich Der Bau der BAM, nicht? Der hat uns natürlich beträchtlich inspiriert Und wir sehen es als eine schöne und lohnende Aufgabe Andi Fahrzeit auf der Strecke Dresden-Rostock So nach und nach Der Fahrzeit auf der Strecke Moskau-Vladivostok anzugleichen Und auch eine Frage an Sie, ja? Werden bei Ihnen sowjetische Neurermethoden genutzt? Naja, also wir stellen doch im großen Garten die Bänke auf, ne? Ja, schön Ja Na, und da arbeiten wir noch der Kasach-Methode Ja, das heißt also, durch bessere Pflege die Lebensdauer erhöhen Ja, ja, unsere Bänke halten jetzt doppelt so lange, ne? Wir stellen aber bloß die Hälfte auf Junge Mann, kommen Sie doch auch mal ans Mikrofon, ja? Herr von Tag, erzählen Sie doch mal, wie Sie den Jahrestag der Befreiung begangen haben Also unser ganzes Kombinat hat den Dorf gefeiert, aber Die Kombinatsleitung im Nebel, die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Koffebrauch Und wir arbeiten im Rollberger Keller Ja, ja, und Sie freuten sich Ja, dass wir 45 nicht so unterschiedlich befreit worden sind Ich begrüße und beglückwünsche Sie, zu Ihrem Entschluss einen Bauberuf zu erlangen Und überreiche Ihnen die Broschüre Der Bauberuf, ein Beruf mit Zukunft Aber eigentlich... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wo ein Wind ist, ist ein Weg, der legt Sie bitte Ich begrüße und beglückwünsche Sie, zu Ihrem Entschluss einen... Wollen Sie auch zur Berufsberatung? Ja Ja, wissen Sie, unsere Schüler sehen ja heute schon manchmal ganz schön alt aus, ja, aber Sie... So, ich wollte auch zur Berufsberatung Wissen Sie, ich komme... Vom Ministerium der Vollspielung Nein, 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 ich komme wegen meines Sohnes, wissen Sie, der ist im September so weit Ja, dann begrüßen Sie und beglückwünsche Sie ihn in meinen Namen Zu seinem Entschluss einen Bauberuf zu erlangen Und überreiche Sie in die Broschüre Der Bauberuf, ein Beruf mit Zukunft Ja, wissen Sie, mein Sohn, der wollte aber gar keinen Bauberuf erlangen Bei uns wollen alle Einen Bauberuf erlangen Oder gibt's eine neue Instruktion? Ja, ich weiß nicht Wissen Sie, mein Sohn, der interessiert sich mehr für dich denn nie Ach, ich verstehe, ja Chemie, Schönheit, Brot, Wohlstand und so weiter und so weiter Nicht mehr aktuell Ja, vor zehn Jahren Aber heute höchstens einer von hundert Und nur mit ausgezeichneten schulischen Leistungen Also, daran soll's nicht scheitern Wenn Sie sich mal das Zeugnis ansehen wollen Ich hab's hier mal mitgebracht Sehen Sie mal, eine Eins in Chemie, eine Eins in Physik, eine Eins in Mathematik Aber der Sport Im Sport-Levier Ich will ja nicht Trainer von Chemie-Leipzig werden Sondern Chemie-Facharbeiter, wissen Sie, mischen, probieren Na, da ist doch ein Bau genau richtig Einmal Kies, einmal Semester, einmal Wasser Ich will aber unbedingt Chemie-Facharbeiter Aber nicht mit dem Zeugnis Und hier, Musik, eine Fünf Das gibt einen Durchschnitt von 2,3 Na und? Für Chemie-Facharbeiter braucht er mindestens einen Durchschnitt von 1,9 Ich dachte immer, die Eins in Chemie wären entscheidend Entscheidend ist der Durchschnitt Das erinnert mich ein bisschen an ein altes russisches Sprichwort Dort heißt es Der Dorfteich war im Durchschnitt einen Meter tief Und trotzdem ist die Kur so wundern Mein Herr Sie haben eine falsche Auffassung von deutsch-sowjetischer Freundschaft Die Kuh ist das offen Na gut Aber wir übernehmen die Erfahrung in der Sowjetunion Nicht einfach schematisch Sondern dort, wo wir sie brauchen Ob wir so nicht das lieber doch auf dem Bau sind Das will er nicht Na gut Weil Sie mich so drängeln Ja, Schatz Na, Sie haben Glück Da hab ich noch was für Sie Das ist ja großartig Klavierstimmer Was denn liegt der Fünf in Musik? Klavierstimmer sind eng passbar Und da genügt ein Durchschnitt von 3,2 Der stirbt von wie sie Ja, das ist ja großartig Das ist jaผม Wo ich einklicke, wieder so'n schönen Pilz zu finden, ne Flachkuppel. Halt! Betriebsschütz, Ihren Ausweis. Wieso Ausweis? Was schützen Sie denn hier überhaupt? Unsere Anlagen. Welche Anlagen? Die Anlagen des VEB-Krananlagen und Büchsenöffnern. Das ist aber komisch hier. Die Kranenlachen und Büchsenöffnern. Es gibt ja auch große Büchsen. Das mein' ich doch gar nicht. Aber gucken Sie mal, der Betrieb, der existiert doch hier gar nicht mehr. Der ist doch schon vor drei Jahren hier nach Umstruck der Rode verlässt worden. Weil man hier eine Neubauwiese anlesen wollte. Meinen Sie, das wüsste ich als Betriebsschütz nicht? Schließlich lese ich Zeitung. Ach, jetzt versteh' ich. Sie sind bei der Verlesung hier vergessen worden. Da haben Sie auch durch die Zeitung erformt, dass Ihr Betrieb gar nicht mehr hier ist. Wissen Sie, dass hier einmal Anlagen im Werte von vielen Millionen Mark gestanden haben? Ja, aber jetzt stehen Sie doch nicht mehr hier. Da sind Sie kurzsichtig. Hier, steht er da. Und was steht er denn? Eine Pförtnerloge. Na ja, die haben Sie vielleicht bloß wegzureißen vergessen. Sagen Sie mal, sind Sie überhaupt DDR-Bürger? So viel ich weiß, ja. Dann müssten Sie auch wissen, dass eine Pförtnerloge bereits eine Dienststelle ist. Ja, aber das ändert doch nicht daran, dass sie hier jetzt sinnlos geworden ist. Die Existenz von Dienststellen hängt nicht davon ab, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Wollen Sie mal wovon denken? Dienststellen sind notwendig. Nun, natürlich. Ja, sagen Sie selbst. Dienststellen sind etwas Natürliches. Sie werden zwar von Menschenhand geschaffen, aber dann wachsen Sie ganz alleine weiter. Also haben Sie nun einen Betriebsausweis oder nicht? Natürlich nicht. Gucken Sie mal. Ich hab doch nie in dem Betrieb hier gearbeitet. Und den Betrieb selber, den gibt's ja gar nicht mehr. Ich will mir bloß ein paar Pilze suchen. In der Dienstzeit? Na ja, in Ihrer vielleicht, doch aber nicht in meiner. Ja, was Sie in Ihrer Dienstzeit tun, das interessiert hier keinen Menschen. Aber in meiner habe ich Sie zu kontrollieren. Ach so. Also, wenn Sie jetzt hier zufällig keinen Dienst hätten, dann könnte ich ungehindert hier durchgehen? Natürlich. Dienststellen behelligen die Bürger ausschließlich während der Dienstzeit. Hier wird nur von 6 bis 14 Uhr kontrolliert. Danach muss schon jeder selbst aufpassen. Dann hören Sie mal auf was denn? Na, darauf, dass er hier nicht durchgeht, ohne seinen Ausweis hochzuhalten. Also, könnte man denn wenigstens hier durch die Seidentierchen? Ich bewache ausschließlich das Tor. Hintenrum geht mich nicht an. Das ist doch herrlich, Mensch. Hören Sie mal, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Weil Sie als DDR-Bürger ein Recht darauf haben, unsere Bestimmungen kennenzulernen. Und eine Marsch auf der anderen Seite. Ich bin da hinten rein. Ja, aber Sie haben sich erwischen lassen. Mein guter alter Lehrer, der sagt, Er sagte zu mir einst, red bloß nicht solchen Stussbeier, sag deutlich, was du meinst. Doch leider gibt's Begriffe, die sind nicht völlig klar. Zum Beispiel ist Verwaltungsarbeit solch ein Exemplar. Wieso Verwaltungsarbeit, habe ich mich oft gefragt. Es hat doch schon Genosse Marx im Kapital gesagt. Ihr Arbeitsprozess ist zweckmäßige Tätigkeit. Kapital, erster Band. Der Chef nimmt zu einer Tagung die Sekretärin mit. Die ist zwar fachlich grad kein Ast, ansonsten aber fit. Er lädt sie ein zum Whisky am Abend im Hotel. Dann spricht er sie mit Mäuschen an. Und dann geht's ziemlich schnell. Als das die Frau des Chefs erfuhr, da war sie ganz verzagt. Doch ihr Herr Gatte meinte nur, wie hat schon Marx gesagt? In der gesellschaftlichen Produktion Gehen die Menschen bestimmte Notwendige Von ihren Willen unabhängige Verhältnisse Die politischen Ökonomien Herr Meier ist recht geizig, doch nur zu seiner Frau, Die ackert ohne Trinkel, das weiß er ganz genau. Jedoch beim Autoschlosser zeigt Meier sich kulant. Dem drückt der eine Zehner nach dem anderen in die Hand. Und wenn Frau Meier dann und wann zu protestieren wagt, Spricht Meier nur, verirrtes Weib schon, Erich hat gesagt. Jeden Mark ist so anzulegen, Dass sie den höchsten Nutzeffekt bringt. Rechenschaftsgericht An den achten Parteitag Der Bauarbeiter Lehmann, der wurde Aktivist, Weil er mit jedem Ziegelstein so äußerst sparsam ist. Doch ab und zu, da schleppte er den Rucksack voll nach Haus Und baut damit die Laube und auch die Veranda aus. Die Konfliktkommission hat daraufhin sofort getagt, Doch Lehmann sprach, Wie hat Genosse Grüneberg gesagt? Solche Erfahrungen und Methoden, Wie zum Beispiel Einen Tag im Monat Mit eingestarrtem Material zu arbeiten, Sind voll zur Geltung zu bringen. Und dann mainstream Kollege, Kollegin, es ist was passiert. Kollege, nach dem Gesetzen der Dialektik passiert immer was. Es gibt keinen Stillstand. Da kreisen wir uns schon gar nicht. Kommen wir also zur Konkretisierung und damit zur Erfrage, was ist denn passiert? Erbrauchen ist beim Verschieben auf den anderen aufgelaufen, ziemlich derb sogar. Nun, Kollege, was sagt uns das? Nun, also, es sagt uns, dass jede Unachtsamkeit, nur seien Sie, wie sie sei, uns an der Klaren Erfüllung und damit am Wohlstand hindert. Ich meine so... Abgesehen von Ihrer Meinung, es handelt sich um einen Kesselwagen. Na gut, wären wir noch abschließend, sonst würde ich mich mit dem Feuerwehr alarmieren. Es ist doch wehend drin, 30.000 Liter französischer Import-Dessertwein. Was denn? Frischer Wein? Nö, nö. Nö, das ist gut. Wussten Sie übrigens, dass der häufige Genuss schwerer Dessertweine ärztlicherseits gar nicht empfohlen werden konnte? Zum Donnerwetter empfohlen, hin empfohlen, her, am Kesselwagen ist eine Schweißnaht geplatzt, der Wein läuft aus, zwar langsam, aber er läuft. Wie konnte denn das passieren? Der Kollege Trangiererin hat einen Hemmschuh zu spät gemischt. Rufen Sie mir, der Kollege in Hemmschuh, aber da wäre ich mal... Himmelkreuzbomben-Element sorgt uns lieber dafür, dass der Kessel schnellstens ausgepumpt wird. Töhrlich, das hätt ich doch sowieso getan. Dann, da passen Sie mal ein bisschen auf den Wein auf, hier. Drücken Sie den Darm drauf. Besorgen Sie 30 Meter Leuker und Blast aus der Sanitätsstüre. So, also, das Wortet 3, 6, 9, 4. Ja, hier ist der staatliche Getränkekonto Dresden, guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist der Güterbeinhof Dresden-Friedrichstedt. Kollege, sag mal, habt ihr hier in Kesselwagen mit 30.000 Litern französischen Import-Dessertwein rumstehen? Wie bitte? Französischen Import-Dessertwein? Wie sieht denn der aus? Die Lache ist ernst. So, ja, was ist denn passiert? Also, pass auf, der Wagen, der ist also beim Rangieren in New York so ein bisschen beschädigt worden. Der Wein läuft aus, kommt er mal rüber und pumpt den Kessel leer. Ja, Moment mal, Kollege, wohin ist denn die Fracht deklariert? Ich, das weiß, ich starte nicht. Hey! Guckt er meinen dem Frachtbrief nach, wer die Brille grüße soll. Staatliches Getränkekonto, außenstelle Görlitz. Staatliches Getränkekonto, außenstelle Görlitz. Staatliches Getränkekonto, außenstelle Görlitz. Na also, dann rufen Sie bitte gleich Görlitz an, ja? Die sollen herkommen und die Ware retten. Exakte Arbeit ist alles. Auf Wiederhören. Hey! Elendes Bürokraten, Fröge. Ich kann aber bloß hin, wenn man alles umarbeiten will. Also, Görlitz, Görlitz, ist es zwölf? Für die Skorne drunter. Moment, ich hab's. Ich hab's. Das ist der. Eins, zwei, drei, sechs, sechs, drei. Staatliches Getränkekonto, außenstelle Görlitz? Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt. Egal, brüllen Sie doch nicht so. Ich hör doch nicht schwer. Das ist doch ein Ferngespräch. Also, Fläche, pass auf, nirgert. Für euch steht hier bei uns auf dem Bohnhofe Kesselwagen mit 30.000 Litern französischem Import-Dessertwein. Hurra, es lebe die Eisenbahn! Wart's am Ende. Pass auf, nirgert. Der Wagenhub, der ist also beim Rangieren hier viel bissl beschädigt worden. Der Wein läuft aus. Was könnte man da tun? Er wird's euch retten, natürlich. Oder sollen wir eine Schlauchleitung nach Dresden legen? Dresden soll auspumpen und uns eine Ware zustellen, ihr Tronlampen. Ihr Holzkäppe! Typische Flucht vor der Verantwortung. Also, noch einmal Dresden. Der wird zum Gucken. Ja, hier ist der staatliche Getränkekontor Dresden. Guten Tag. Ja, pass auf, hier ist noch einmal der Güterbahnhof Dresden Friedrichstadt. Pass auf, Kollege, ich hab jetzt gerade mit der von Gerlitz gesprochen. Und die sagten, wieder, ihr sollt auspumpen. Wir sollen auspumpen. So was muss man doch schriftlich machen, nicht wahr? Mensch, ihr elendes Bürokraten-Völkirchen. Ich kümmert euch aber mal gefälligst selber. Also, Moment mal, mein lieber Kollege. Ja, was wird denn mit dem Wein? Wer bezahlt denn die Transportkosten? Ja, wir stehen doch im Wettbewerb. Hallo? Der hat aufgelegt. Na, warte, du Knilch. Der Bäm vergessen. Ich hab doch jetzt Frühstück. Ja, Gitterbeinhöft, Dresden Friedrichstadt. Ja, und hier ist immer noch das Getränkekonto. Also passen Sie auf, Kollege, ja? Nach reiflicher Überlegung hab ich mir überlegt, wir sollten nicht so lange überlegen. Also, wir machen die Sache. Rufen Sie eins, zwei, die Transportpolizei an, ob wir das Bahngelände betreten dürfen. Ich werde die Hygieneinspektion verständigen und fragen, ob der Wein überhaupt noch verkauft werden darf. Schienenhamster. Ja, ja, jetzt geht's vorwärts. Hier, Transportpolizei. Ja, hier ist der Güterbahnhof Dresden Friedrichstadt. Kollege Urstrauf, bei uns auf dem Bahnhof, da ist so eine Kesselware mit 30.000 Litern französischem Import-Dessertwein wie so ein bisschen beschädigt worden. Nur der Wein läuft aus. Wer hat das getan? Agenten? Eine ganz kleine Rangiererin. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Es handelt sich auch bloß um die Genehmigung zum Betreten des Bahnhofsgeländes. Sehr einfach, üblichen Antrag und dreifache Ausfertigung mit ausführlicher schriftlicher Begründung. A. Warum Wein aus Frankreich? B. Warum nicht andere Strecke? C. Wieso Rangierfehler? D. Wie ist der Name der Schweißers, der den Kessel schweißte? E. Wie hätte vorliegende Sache verhindert werden können? Wie war gleich C? C. Wieso Rangierfehler? Aha, wirklich. Es ist bloß nur der Wein drüppelt inzwischen aus. Richtig, fügen Sie unter F hinzu, wie viel Liter Verlust pro Minute. Ende. Ach, ich bin hier. Die Treppen zählen. Deutsche Hygieneinspektion. Ja, und hier ist das staatliche Getränkekontor Dresden. Guten Tag. Guten Tag. Fräulein, passen Sie bitte auf. Bei uns hier auf dem Bahnhof, da ist ein Kesselwagen mit 30.000 Litern französischem Import-Dessertwein geborsten. Oh. Ja. Wenn wir nun den Kessel auspumpen, darf dann der Wein noch verkauft werden. Der Kessel ist beschädigt. Ja, die Schweißnaht ist geplatzt. Aha, also hat die Außenluft zutritt. Ja. Und somit Bakterien, Viren, Würmer, Würmer, Ungeziefer, Schnecken und Spaufe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte schicken Sie uns eine Probe mit Darstellung des Vorgangs. Guten Tag. Guten Tag. So. Das geht leider nicht. Die sind alle besser. Die Welt verändern wir. Eine dialektische Kantate für Soli, Chor und dazwischenquatschen. Fehrt dir für die Badewanne mal ein Stöpsel, der das Wasser hält, dann zieh hinaus durch Flur und halb durch unsere wunderschöne Welt. Bis du erfährst, es sind inzwischen auch in Rostock die Stöpsel vergriffen. Doch fährst du zurück, gibt's die Dinger und sie liegen gleich gebündet, so zehn Stück. Lange suchen, plötzlich kriegen, ja was erhöht, ist Häufers Glück. Vor 20 Jahren erscholl der Ruf nach den tausend kleinen Dingen. Doch der historische Materialismus lehrt uns die Geschichte der großen historischen Veränderungen. Heute erscheint der Ruf nach Konsumgütern. Die Bezeichnungen kommen und gehen, aber die Versorgungslücken bleiben. Es kommt nicht darauf an, die Welt zu verändern. Es kommt darauf an, sie immer wieder neu zu interpretieren. Unser Fernsehfunk entwirft jedes Jahr für die Programmvorschau ein neues Telebild. Was bedeutet das? Unsere Langeweile wird jetzt auf abwechslungsreiche Weise angekündigt. Was lehrt uns das? Eine bestimmte Quantität schlechter Qualität haut einen um. Erinnern wir uns, was uns vor 20 Jahren ärgerte. Oh, was gab es nie nicht Kammer, Brau dies wie denn aus dem Rahmen. Frauen wurden schlecht gefördert und Besitzungzeit gemördert. Träne wurden nicht geklebt und das Material verbläbt. Beim Pulli störte uns das gar Schlaglöcher beim Autofahrt. Heute gibt es zwar auch noch Schlaglöcher, aber auch die sind mit der DDR gewachsen. Alles entwickelt sich. Ihr Käufer in den Selbstbedienungsläden, vergeblich suchend den Käse, wo immer er lag. Regal vorn, links, unten. Flucht nicht so ein Käse. Bedenkt, studiert hat der Kaufhallenleiter Marxismus. Wissend also, alles entwickelt sich vom Niederen zum Hören. Der Käse liegt jetzt einfach weiter oben. Die Welt verändern wir. Und ihr kühnen Streichholzerbauer aus Riesa. Nur wer selber brennt, kann zünden. Montiert darum mit flammendem Herzen künftig die schwefligen Kuppen auf die andere Seite der Hölzer. Die Welt verändern wir. Und ihr Kartoffelzüchter, ihr Ungenannten, füchtet mit Parteitagselan neue verfaulende Sorten. Aber auf größeren Flächen. Das Welt verändern wir. Schon Heraklit sagte, man kann nicht zweimal im selben Fluss baden. Wie meinte er das? Dass wer einmal in der Elbe badet, es nicht ein zweites Mal tut. Die unvergnügliche Inschrift Zur Zeit der angegebenen Öffnungszeiten unter dem an den kaputtenen Kühlschrank las ein sozialistischer Arbeiter an der Tür der Reparaturwerkstatt. Heute beschlossen. Als er nebenan eine Telefonzelle sah, botte er seinen kräftigen Arbeiterfinger fünfmal in die blecherne Wellerscheibe. Doch statt der PGH, der Erhoften, durchschreckte sein Ohr eine amtliche Stimme. Unter dieser Nummer kein Anschluss. Erst durch die Auskunft erfuhr er, die PGH heiße jetzt Kombinat Goldener Boden und erfuhr auch die neue Adresse. Als er nun endlich stand vor dem Laden, übertünchte gerade ein Maler die Buchstaben PGH und ihm drohte entgegen die unvergnügliche Inschrift. Hier eröffnen wir ein Fischgeschäft. Jetzt leckt mich am Asch, sagte der Arbeiter. Die Entwicklungsgesetze sind objektiv. Sie setzen sich durch, ob die Menschen das wollen oder nicht. Dreh, Dreh, Dreh. Dresdenstraßen, deine Zeichen, wirken revolutionär. Wo gestern galt, nur rechts abweichen. Heute links und morgen Kreisverkehr. Keine Sorgen, fährst du dort übermorgen, stoppt dich einfach mal für Verkehr. Zehn Mark und fahr erlaubt bis her. Hier gibt's gar keine Straße mehr. Die war bis gestern Abend hier. Denn die Welt verändern wir, verändern wir. Verändern wir. Hier ist der Berliner Rundfunk, Sie hören Nachrichten. Stimme dir DDR, Sie hören Nachrichten. Radio DDR, Sie hören Nachrichten. Eine hohe gesellschaftliche Aktivität bei der allseitigen Schärfung der Bund. Verbrüchlichen Treue zur revolutionären Herausbildung allseitig entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten forderte auf einer Pionierveranstaltung in Klein Mutz der erste Sekretär der Kreisleitung der FDJ, Ewald Altklug. Er richtete ferner einen flammenden Gruß an alle glühenden jungen Sozialisten, deren erstrangiges Anliegen es sein sollte, die real existierende Aufgabenstellung von historischer Größe tief in ihre heldenmütigen Herzen zu pflanzen. Verzeihung. Nach fünftägigem Besuch in der DDR trat gestern eine Delegation vom Zentralflughafen Berlin-Schönefeld aus die Heimhäuse an. Die Delegation hatte mit führenden Vertretern von Partei und Staatsführung der DDR Fragen von gegenseitigem Interesse geführt. Dabei wurde in allen Punkten volle Einigkeit erzielt. Kurz vor dem Abflug bekräftigte der Leiter der Delegation mit herzlichen Worten noch einmal die Rolle der Bedeutung sowie die Bedeutung der Rolle. Zum Abschluss der Wetterbericht. Das Wetter des heutigen Tages hat in breiten Kreisen der Bevölkerung der DDR große Zustimmung und Begeisterung geblieben. Es wird eingeschätzt, dass auch morgen wieder Wetter sein wird. Das waren die Nachrichten. Und nur noch die Zeit. Es ist 0 Uhr 8. Es ist 0 Uhr 10. Es ist 0 Uhr 6. 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 Frequenz 72, P1 bis 3 positiv PQ 0,18 bis Ach, diese verflixten EKGs Und zum Schluss stirbt ein jeglicher doch Aber Herr Schäffertz, erst noch den wir alles Menschenmögliche versucht haben Keine Übertreibungen, manche schaffen es auch ohne uns Aber mein Chef, die Elektriker, die kommen nicht mehr Die sind abgezogen worden für ein volkswirtschaftliches Objekt Ja, was ist denn wichtiger als die Installation der neuen Röntgenanlage für unsere Polyklinik? Die Fußballmenschen von Holzhausen hier Die sind die Kreisdass aufgestiecht und kriegt eine neue Flutlicht Und ja, ich könnte es auch nicht ändern Herr Schäffertz, fangen wir mit der Sprechstunde an Ja, bitte, fangen wir an Der erste Patient, kommen Sie bitte, ja? Sagen Sie, junger Mann, sind Sie zufällig Elektriker? Im gewissen Sinne, ja Ja, beim Rasieren zum Beispiel Und beim Zähneputzen und das Licht, das mir abends leuchtet Na, dann machen Sie sich erstmal frei Ja, klar Herr Schäffertz! Ich brauch Sie nicht, Schwester Aber ich brauche Sie Ach, aus Ihnen spricht die Jugendfreundin FDJ-Sekretär Morgen ist Termin über die weitere Qualifizierung des Jugendförderungsplanes Ihre Verpflichtung, Herr Schäffertz Ja, meine Verpflichtung Also ich verpflichte mich Zu weiteren zehn Vorträgen in FDJ-Grundanheiten Zum Thema Du und ich intim Oberkörper frei! Dann habt mir die Bude voll Ja, ja Aber geht's nicht ein bisschen politischer? Politischer? Ja, vielleicht Karl Marx und Jenny von Westfalen Ich bin ein bisschen gegenwärtiger, Herr Schäffertz Gegenwärtiger? Egon Krenz und... Ja, da fehlen mir die Informationen Was stand denn in der letzten Zentralratstagung? Aber Herr Schäffertz, die müssen Sie als staatlicher Leiter doch gelesen haben Nein, diesmal nicht Dann möchte ich mal wissen, für wen wir die junge Welt abonnieren Ich wollte mich bloß vorstellen Ja, ich weiß, ich weiß Bitte nehmen Sie Platz Ja Kinderkrankheiten? Herr Schäffertz Ja Bei mir hier am Viertnerhäuschen Da ist hier der Herr Na, wie heißt der Herr? Der Herr macht mit hier Von schöneren Städten und Gemeinden Und der sagt hier Vor der Stromatologie Stor... Gramm Stor... 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 Die Zornarzt-Eingang, Mutter Da haben Sie ja an das Cannape hingesetzt Was? Nun... Das stand doch gestern nebenan vor der Post Ja, dann ist das bestimmt eine Eilsendung Wird auch nachts zugestellt Ich schicke Ihnen gleich den Krankentransport Aber Herr Chef Doktor Und unsere Krankenwagen sind doch keine Lastautos Kein unbedachtes Urteil Sie müssen erst mal damit fahren So, jetzt zu Ihnen. Kinderkrankheiten? Hatte ich keine. Keine? Nur als ich mich noch im embryonalen Zustand befand, da aß meine Mutti immer so gern Eisbein. Hat es ihr geschadet? Geschadet? Ja. Nein. Aber ich leide seit früher Kindheit an kalten Füßen. Herr Sommer! Kollege BGL, Vorsitzende, ich habe Sprechstunde. Das trifft sich gut, ich muss sich gerade sprechen. Also, zum zehnten Jahrestag der Umbenennung des Stadtparks in Grüne Lunge ist ein würdiger Beitrag zu erarbeiten. Ja, ja, dann schlage ich vor, dass Sie dieses Ereignis kommunalpolitisch würdigen? Und unsere Polyklinik, unsere Polyklinik zehn Enten als Geschenk übergibt. Oh, zehn Enten? Süß, Herr Chefor. Ja, das ist Geschmackssacke. Aber zehn Enten sind immer noch besser als gar keine Bedürfnisanstalt. Was gibt's denn noch? Draußen wartet Klempner Meister Bauer. Sofort in die Massageabteilung. Da kommt kein Wasser aus den Ohren. Er, er kann seit gestern kein Wasser mehr lassen. Auch der Hand zu. Ab in die Chirurgie, der braucht sowieso einen Katheter. Aber vorher soll der bei seinen Schmerzen spüren, dass... Aber Sie machen doch keine Kommentationsgeschäfte. Ein Außenseiter der Gesellschaft. Guten Tag. Sind Sie bestellt? Nein, danke. Ich bestelle mich selbst. Guten Tag, Genosse Chefarzt. Guten Tag. Ich habe hier einen ausführlichen Fragespiegel über die Einführung, Durchsetzung, allseitige Entwicklung und Kontrolle des Bestellsystems. Wissen Sie was? Und bei mir warten die bestellten Patienten. Oh, weh, oh weh, oh weh. Ja, dann brauche ich bis morgen Mittag noch eine schriftliche Anlage, in der Sie offen und kriege ich die Menge ihrer Arbeit einschätzen. Ja, und wenn es regnet? Was hat das damit zu tun? Dann fliegen die Ameisen so tief, dass man Durst kriegt. Halten Sie Kaninchen? Nein, sagst du mal, warum? Ich nicht. Ich halte die Sächsische Zeitung. Die kann man zwar nicht braten, aber wenn die Pioniere kommen, hat man immer ein bisschen Altpapier. Ich glaube, ein von den beiden hat es erwischt. Sie glauben es und ich weiß es. Aber ich bitte mir aus, in Ihrem Bericht nichts über Kaninchen und Altpapier. Was gibt mir auch noch andere Haustiere? Wissen Sie was, ich werde Sie am besten gleich in die Psychiatrie weitergeben. Aber darum wollte ich Sie ja bitten, hier, meine Visitenkarte. Was denn? Medizinalrat Dr. Nierenstein? Und da lassen Sie sich von mir untersuchen? Ein Chefarzt muss seine Mitarbeiter auf Herz und Nieren prüfen. Ich verspreche Ihnen, die Patienten in der Psychiatrie werden mich bald als einen der Ihren anerküren. Ein bisschen übernimmt man ja immer von den Menschen, mit denen man umgeht. Wo waren Sie denn vorher beschäftigt? Als Chefarzt einer Polyklinik. Sie hören jetzt ein Viehacker-Pottpourri aus dem Dresdner Stadtzentrum, gespielt von den Striesener Schrammeln. Wenn es Abend wird und die Hoffnung singt, das im Fernsehfunk, was in Deutsch erklingt, soll ich gern ein Fein in der Kneipe sein. Denn wie schön wärst du jetzt, jetzt wo rein? Und der Rathausmann, der ganz oben ist, sagt bis selbst dran schuld, dass die Dresdner fisst. Denke bloß nicht, du gehst morgen wo rein? Was der Parteitag nicht beschloss, wird nichts sein. Sei gepriesen, du lauschige Macht, keiner wird um den Nachtschlaf gebracht, Perspektive fürs kommende Jahr. Es bleibt wie's war, es bleibt wie's war. Und die Tische wird weiter garniert, mit dem niedlichen Shit reserviert. Und der Küchenchef macht uns den Schluss. Er lebt längst schon im Kommunismus. und der Küchenchef macht uns den lassen. Sonst fällt den Fremden ein, der Zwinger passt nicht in die Gegend rein. Denn wo historisch was stehen muss, ist Schloss, ist Schloss, ist Schloss. Neues Telefonbuchfeld, größte Jungs, sehr groß und klein. Ich rief meine Freundin an, da war der Friedhof dran. Es meldt sich einer aus der Gruft, den hat ich gar nicht angeruft. So hat die Stadt der Braut zum Schluss nur ihren Zweitanschluss. Ehe das Buch entstand, sind halt die neuen Nummern alt. Schön ist so ein Klingelspiel, die Scheiben drehen das, was nicht fehlt. Im Gegensatz zum Bundesmann, der sich sowas hier leisten kann. Weil bei dem, wenn ihr mal dreht, gleich dreimal so viel Geld noch geht. Bei uns bleibt der Preis stabil, wir sind nun mal für Sport und Spiel. Wo der Elbe silberner Arm umschlingt, das letzte Stück vom Ufer grün. Wo die Einsamkeit winkt und das Elbwasser stinkt, da schmeißt ein Gerümpel ruhig hin. Als mir mein Manuel wollt was zeigen, war's gut, dass ich unter den Zweigen am Nassenelbestrand ein paar Matratzen fang. Drunter am Elbetal, wenn ich das Klotz soll nicht wüsst, sagen sie ja mal, wo soll ich sonst hin mit mein Mist. Im Container steht hier keiner, darum kipp' ich's in die Aau. Denn bis zum Müllplatz schlemmt ich mich dort, ihr ist in Lübtau. Ich hab' die Dresdner Straßen nicht erfunden, die Einbahnstraßen sind nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an so viel roten Ampel, wo man vor Wut fast aus der Haut fahren könnt. Ich hab' den Pernaschen Platz nicht bauen lassen, den Irrgarten vom Grästen hab' ich nicht gern. Ich kenn' sogar'n Dutzend Autofahrer, die schon im Himmel sind und sich beim Herrn beschwert. Und wenn uns auch manches Blöd erscheint, Holla hiya hoh, wir wissen, es ist gut gemein. Holla hiya hoh, wir wollen nicht über jeden Blödsinn fein. Holla hiya hoh, es wird ja nicht der Letzte sein. Holla hiya hoh. Jetzt sitzt ihr da und denkt für euch, die Burschen sind fein raus. Erst werfen sie Probleme auf, dann kitzeln sie Applaus. Jedoch die kleinste Anleitung, die haben sie sich geschenkt. Aus gutem Grund. Wozu habt ihr ein Pfund Gehirn, das denkt? Der alte Knabe Hercules gehört nun mal nach Sachsen. Er hat die Keule wohl im Arm und hilft ein wenig mit. Dass uns die faulen Früchte nicht bis in den Himmel wachsen und dass uns nicht ein Außenseiter in die Seite tritt. Ihr habt gelacht, fiel es auch schwer, wenn's hier und da gefunkt. Gibt's sonst noch Fragen? Keine mehr? Danke. Punkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020